Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. Wir haben jetzt im letzten Part den Golemswächter besiegt und konnten dadurch jetzt die Brücke überschreiten. Können jetzt natürlich auch zum Berggaga Z. Ich werde jetzt aber an dieser Stelle erstmal einen kleinen Abstecher machen und zwar können wir hier nach unten laufen. Dort geht es zu so einer Höhle, vergessen Höhle oder so hieß das. Naja, gehen wir da einfach mal lang. Es ist zwar so gesehen der falsche Weg, also wir kommen von hier aus nicht nach Gaga Z. Aber, wie gesagt, es gibt ein paar Specials hier zu finden. So, ja, mit dem Soundproblem habe ich irgendwie immer noch nicht auf die Reihe gekriegt. Ich glaube, meine Playstation hat heute einfach nur seine Tage oder so. Keine Ahnung. So, hier ist jetzt jemand langgegangen. Was will er denn? Oder sagt er denn? Dieser Ort hier, an dem Sir Jokun Jokun oder so trainierte, ist für die Bürgerwehr heilig. Bevor Sir Jokun zum Medium wurde, war er ein Mitglied der Bürgerwehr. So, da sind wir auch schon wieder. Jetzt gucken wir mal, wo uns jetzt hier der Weg eigentlich hinführt. Die Gegner hier gehen eigentlich so von der Stärke her. Das hohe Medium Jokun trainierte einst hier an diesem Ort. Die Bürgerwehr sollte hier das gleiche tun und sich wieder Sinn stellen. Ja, wie wir ja wissen, wurde die stille Ebene... Da ist ein Schwert. Wie wir wissen, wurde ja die stille Ebene... Jetzt habe ich den Kampf natürlich dummerweise mit drin gelassen. Egal. Die stille Ebene wurde ja damals dafür benutzt, zum Kämpfen, also für Sinn. Die Media sind hier damals gekommen. Wahrscheinlich dann auch die Bürgerwehr. Die Media sind damals hierher gekommen und haben Sinn bekämpft. Und an dieser Stelle wahrscheinlich auch besiegt, glaube ich, soweit ich weiß. Ich glaube, das hieß auch, dass sie die besiegt hatten. Irgendwas war da. Ja, und auf jeden Fall... Ja, es ist auf jeden Fall eine gute Idee, würde ich mal sagen, das an der stillen Ebene zu machen. Also Sinn herzulocken und dort zu besiegen, weil dort keine Menschen sind, die dann gegebenenfalls von irgendwelchen Kampffolgen da verletzt werden würden, sterben würden oder was auch immer. Ist eine ganz gute Idee. Ach, den nächsten Kampf lasse ich wieder mit draußen. Ich habe mich jetzt so verplappert auf einmal. Gut, Wacker muss noch geheilt werden. Ich hatte mich vergessen, nach dem Golemswächter wieder zu heilen und bin noch in dem letzten Kampf ungeheilt reingegangen und habe es jetzt wieder verheilt gehabt. Aber gut, konnten wir uns ja jetzt zum Glück heilen. Okay, haben wir das auf jeden Fall mal geschafft. Mal sehen, haben wir immer noch so sauen Probleme. Ne, diesmal ging es, das ist ganz merkwürdig. Manchmal geht es, manchmal geht es nicht. Also, dass da irgendwelche Soundprobleme sind und manchmal irgendwie, keine Ahnung, wie gesagt, meine Playstation spinnt. Wir haben ein altes Schwert erhalten. Das ist übrigens auch ein Teil dieser, wie sagt man, dieser Endwaffe von Auron diesmal aber. So, da sind wir auch schon wieder. Jetzt gehen wir mal zurück und gehen in den Höhleneingang, also zum Höhleneingang und in die Höhle rein. Erstmal aber speichern wir. Okay, Speicherpunkt, genau. Los, komm, Speicherpunkt, nimm. Ich war eben nicht gerade kurz am Überlegen, hatte ich jetzt schon gespeichert? Nicht, dass ich da noch losgerannt wäre gleich wieder, das wäre ein bisschen schlecht. Gut, dann, wie gesagt, gehen wir mal in die Höhle rein. Gut, dann, wie gesagt, gehen wir mal in die Höhle rein. The Summoner I guarded on my first pilgrimage, died here. Yuna, let's go. The faith awaits. Daran konnte ich mich ehrlich gesagt jetzt gar nicht mehr erinnern, dass das erste Medium gestorben ist, was jetzt hier mit Lulu unterwegs war. Aber wieso hat die nicht eine Phönixfeder benutzt, wie auf die Yuna mir schon abgekratzt ist? Das wäre schon wie saved gewesen. Hier drinnen gibt es übrigens eine Magie, also wie war das in der Neuen, war es Blaumagie? Äh, eine Dragonik für Chimari, die wir hier lernen können, müsste ich auch auf jeden Fall mir holen. Das müsste irgendwie von einem Geist gewesen sein. So, jetzt bin ich ganz verwirrt gewesen. Erstmal Vita. Irgendwie trifft's Oran die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, der wird immer vergiftet und alles mögliche greift ihn an. Naja, gehen wir mal weiter. Wow, also ich krieg echt verdammt viele EXP hier. Ich sollte, glaube ich, wirklich bald leveln. Das wird langsam notwendig werden. Aber das werde ich erst auf dem Berg-Gaga-Z machen. Ich will heute so meine Aufräumung, na klar, Aufnehmen-Runde machen. Und danach werde ich das Ding, denke ich, mal machen, dass ich ein bisschen trainieren gehe oder so. Ist halt schade, sonst so in anderen Final Fantasies kannst du dir sagen, ja, mach's bis Level, was weiß ich, 35 oder so. Und Level zahlt so lange. Und hier kannst du nur so sagen, naja, mach's 10 Sphero-Level. Keine Ahnung. Dann weißt du aber auch nicht wirklich, also es ist kein richtiger Garant, ob das dann bis dahin okay ist oder nicht. Ich mag zwar dieses System wirklich sehr gerne, also ich bevorzuge das mehr als das normale Level-System. Aber es ist trotzdem nicht immer gut, nicht so richtig einzuschätzen, ob das jetzt genügend gelevelt ist. So, was haben wir denn alles hier? Gravitas. Oh, das ist sehr schön. Ich glaube, wir sind durch. Okay. Gehen wir weiter. Habe ich geheilt? Ja, brauche ich nicht. So, hier drinnen müsste eine Kiste sein. Ja. Ach, Mensch. Wow, mein Valfaris wurde gerade von so einem blöden Teilchen gekillt. Das gibt's ja gar nicht. Und irgendwie sind die Soundprobleme weg gerade. Oder das... Ich weiß nicht, ich hab's jetzt die letzte Zeit nicht mehr richtig aufgepasst, aber jetzt gerade eben war nix da. Achso, entschuldigt, wenn ich jetzt hier übrigens nach jedem Mal, wenn ich hier Sphero-Level bekomme, das einsetze. Nur ich merke, dass das so langsam etwas knapp wird, also dass ich wirklich leveln müsste. Deswegen will ich da echt jedes mitnehmen, was mir den Kampf ein bisschen erleichtert. So. Jetzt gehen wir nach in den Worten. Um Himmels Willen. Also die Teiltiere sind echt ein bisschen heftig hier. Uh. Okay. So, okay. Achso, Sphero-Level schnell noch. Entschuldigt, wie gesagt, aber das geht ja ganz fix hier. Hier noch fix. Okay. Ja, also gerade die Teilchen sind ein bisschen heftig, weil... Oh, eine Sequenz. Sie sagen, es wurde von einem Tempel schon lange vor. Huh? Mit einer Hoffnung. Die Summoner können nicht trainieren. Without trainieren, sie können nicht den Final Aeon. Without den Final Aeon, sie können nicht die Sinnen. Das ist das Grund. Das ist das, was der Thief war. Das ist das, was der Thief war. Das ist das, was der Thief war. So. Na, jedenfalls haben die Teilchen kein Element. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht gegen Element zaubern und den dann besiegen schneller. So, ich habe jetzt gerade per Tragonik vom Schreckgespenst Todesurteil gelernt. Und das hilft uns auf jeden Fall dann beim Endkampf. Ach, und wieder da. Jedenfalls wird es uns den Endkampf ein bisschen erleichtern. Ich werde es auch nutzen, weil ich nicht ganz genau weiß, also später dann, nicht direkt zu Anfang, weil ich nicht ganz genau weiß, wie hart der Endkampf wird. Okay, weiter geht's. So. Wir müssten eigentlich auch bald da sein. Ich glaube nicht, dass es so groß war. Uiuiui, ich muss wieder ein bisschen heilen. Sekunde, bitte. Ja, nochmal wieder, wieder. So, so, so. Ja, ja. Die Gegner, die Gegner, die Gegner. Die sind ganz schön heftig hier. So, mit Lulu müssen wir jetzt erstmal wieder zurückgehen. So, das war hier drüben. Und hier geht's nämlich eigentlich weiter. Okay. So, dann backern nochmal. Ich muss mir dann noch bald Gedanken machen, in welche Richtungen die jeweils gehen sollen. Achso, er ist ja schon auf Titus Feld. Er ist ja schon bei Titus, verstehe. Ja. Gut. Also kann er ja wirklich nur den Weg gehen, den Titus später auch einschlagen wird. So. Genau, da kann ich auch den Moment machen. Hier ist es Level 1, Herr Hustab, aber da ist nichts drin. Genau. Ja, das ist wahrscheinlich für diese zusätzlichen Dinger, die man noch einsetzen kann. Kraft. Das ist gut. HP ein bisschen mehr, das ist immer schön. So, jetzt Yuna noch. Die kann ein ganzes Stückchen vorgehen. Und Zeit-Apility, äh, Zeit-Sphäroiden. So. Das müsste es gewesen sein, ja. Okay. Lalalalalala. Die Höhle ist schon etwas satt. Wow, ich hatte gerade einen Gegner, der war wie dieser Golemswächter. Oh, der war ganz schön mies, der war böse, der war fies und hart und so. Der hat Titus zweimal gekillt, weil der auch diese Doppelattacke macht und so. Und das ist echt... Wow. Naja, haben wir aber sie. Wir haben ein Glücks-Sphäroid bekommen. Sehr schön. Jetzt gehen wir weiter nach unten. Jetzt hatte ich doch tatsächlich wieder Sound-Undersetzer. Naja, egal. Wenn die ganzen Zwischenkämpfe nicht wären, also... Ich bin ja an dem Part jetzt so gesehen, müsste es um die 11,5 Minuten sein. Na gut, sagen wir mal, der Part geht 12 Minuten. Ich bin jetzt hier schon seit, ja, 47 Minuten am Aufnehmen. Also da seht ihr mal, wie viel ich eigentlich rausschneiden muss. Hier haben wir zwei Mega-Potion. Spa. Okay, jetzt gehen wir noch hier kurz reingucken. Wow, jetzt hatte ich hier gerade so Funkus-Viecher. Das ist ja die Herde. Okay, wir haben Albed-Lexikon gefunden. Fortschritt in Albed gemacht. Das scheint wohl ein O zu sein oder so. Also deren O ist unser Y. Hätte doch eine 0 sein können. Naja, nee, es war ein O. Äh, ein O. Gott sei Dank, hier haben wir einen Speicherpunkt. Wie geil. Uh, genial. Das war jetzt echt nötig. Jedenfalls hatte ich so Funkus-Viecher. Die waren jetzt echt hart. Yay, wir haben es geschafft. Nochmal ganz kurz. So. Gut. Weiter geht's. Weiter, 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 weiter. Ganz schnell. Das war jetzt. Es ist du, ist es nicht, Frau Ginnam? Entschuldigung, ich war zu jung. Es ist kein Mensch, der in dir ist, ist es? Sehr gut, dann. Ich werde mir meine letzte Beziehung für dich, meine letzte Beziehung für dich. Das ist also das Medium gewesen, der Lulu damals gefolgt ist, beziehungsweise die Lulu damals beschützt hatte. Und hier haben wir Jojimbo. Jojimbo können wir ebenfalls als Bestia bekommen. Wir müssen jetzt erstmal ein wenig, ja, stark sein. So, mal sehen, was machen wir denn, Feines? Blitz. Okay, jetzt erstmal Orwin dran. So, Lulu macht... Ne, die nehme ich erstmal kurz raus, stattdessen nehme ich Titus mit rein. So, jetzt Kimari. Er kann jetzt seine Feind-Technik machen und macht sein Todesurteil. Gut, jetzt waren alle Kerle dran. Jetzt kommen nur noch die Mädels. Da nehme ich jetzt erstmal Riku mit rein. Dann sehen wir, was er schönes hat. Ach, der hat gar keine Items. Gut, dann nehme ich jetzt gerade Lulu noch. Und als letztes Juna. Sie hat ja ein paar Ekstase-Techniken, die ich jetzt auch benutzen werde. Inferno. Vielleicht kriege ich ihn ja auch so besiegt. Der sieht schon relativ schwach aus jetzt. Kurz Zuckern. Was macht das? Das ist nicht so stark. Okay. Zurückrufen. Jetzt mache ich erstmal kurz Titus. Der kann mal Hass auf Juna machen. Vielleicht schaffe ich es noch, die andere Limit von ihr zu machen. Nein, leider nicht. Okay, schade. Dann haben wir ihn hierdurch besiegt. Ja, und Jojimbo ist besiegt. Diese Bestia können wir jetzt übrigens auch kriegen. Ja, ich glaube, es ist nicht sicher. Yuna, die Hoffnung ist in der Mitte. Geh, was du gekommen bist. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir haben wieder ein bisschen was über Lulu herausgefunden, beziehungsweise über ihre Vergangenheit. Und ja, im nächsten Part geht es dann weiter, dass wir hier diese Höhle verlassen und dann wirklich Richtung Gaga Z gehen. Also bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao!